Hallo und herzlich willkommen, hier ist Maverick und heute ein ganz besonderes Tutorial, nämlich Nummer 100 in der Softwareumgebung Propeller Healths Reason. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Ja, es geht heute um das Thema Ghost Lanes, ein Teil oder ein Themengebiet, der in der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Monaten sehr stark auch diskutiert worden ist. Und ja, da kam vor zwei, drei Monaten, glaube ich, irgendjemand auf die Idee und hat das Ganze herausgefunden und hat auch darüber einen Artikel geschrieben. Mittlerweile finden sich hier und da auch vereinzelt schon Tutorials auf YouTube zu diesem Thema. Und ja, es ist ein bisschen so in der Anlehnung immer gehalten an die Funktion, die aus FL Studio stammt. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie gesagt, heute einfach erstmal, wie das Ganze in Reason passiert und erkläre euch natürlich auch, welche Vorteile ihr in diesem Zusammenhang habt. Im Prinzip müsst ihr euch das vom Grund, von der Grundlage her erstmal so vorstellen, dass wir quasi so etwas Ähnliches machen wie das, was das, was der Scales & Chords Player macht. Er verschiebt ja das eingehende MIDI-Signal in sogenannte Skalen oder Akkorde, besser gesagt, die aus bestimmten Skalen geschöpft werden. Und das sozusagen machen wir jetzt mal etwas anders und zwar mit diesen sogenannten Geisterspuren. Okay, zunächst erstmal die Frage, woher bekommen wir überhaupt Material in Form von MIDI-Files, zum Beispiel hier auf Feel Your Sound, beziehungsweise doch, wie heißt die Seite? FeelYourSound.com. Könnt ihr aber auch einfach mal bei Google eingeben, Free Scales MIDI. Und dann könnt ihr euch hier ohne Anmeldung schon dieses Free Sample Pack runterladen und habt da schon mal das Wichtigste drin. Und ja, dann wechseln wir mal ganz kurz in den Sequencer, denn das Ganze passiert quasi alles heute hier. Okay, so, dann haben wir diesen Ordner, wo wir jetzt also das runtergeladene Material zur Verfügung haben. Und da sehen wir jetzt eben schon unterschiedlichste Skalen angezeigt. Wir wählen zum Beispiel einmal aus C-Minor, also C-Moll. Ich verschiebe das hier mal ganz kurz und ziehen uns diese Skala jetzt hier in Reason hinein. So, und jetzt wird hier der MIDI-Clip eben angelegt. Und das, was wir in unserem Fall zunächst einmal brauchen, das finden wir hier ganz am Anfang. Das ist nämlich ganz einfach diese C-Moll-Skala einmal durchgespielt mit allen in der Skala enthaltenen Noten. So, dann können wir hier hinten einmal raisen und das Ganze entfernen. Wir brauchen hier nur diesen Anfang. So, und was wir machen, wir bringen erstmal alle Noten auf die gleiche Position und ich mache es jetzt so, das ist dann eurem Workflow entsprechend eben vielleicht anders. Ich kopiere mir die hier komplett durch und lasse uns das Ganze mal Time-Stretchen auf insgesamt vier Takte. Ich stelle hier nur mal den Loop zu. So, und das wäre jetzt quasi, oder daraus wollen wir jetzt eben diese Geisterspuren machen. Als nächstes suchen wir uns irgendein Instrument, auf das wir jetzt, oder besser gesagt, mit dem wir jetzt den Nutzen dieser Ghost Lanes einmal ausschöpfen wollen und erzeugen bitte einen leeren Clip, der in diesem Fall genauso lang ist, wie unsere Midis, nämlich vier Takte. So, und jetzt kommt wieder so ein bisschen dieses, ja, ich will nicht sagen Zwiebelprinzip, aber es ist so ein Schichtprinzip in Reason zur Geltung hier, was ich euch schon mal im Zusammenhang mit den Blocks erzählt habe. Da will ich jetzt aber nicht zu weit drauf eingehen, aber für die Leute, die das Tutorial dazu gesehen haben, wissen jetzt eventuell schon so ein bisschen, dass es eben dieses Überstapeln von Clips gibt und genau das müssen wir uns hier zunutze machen. Was wir tun, wir nehmen jetzt diesen freien Clip und legen den auf den Clip von unserem MIDI, beziehungsweise von dem ID8, was automatisch zur Midispur entstand und müssten jetzt einmal das Muting Tool rausholen und hier oben einmal auf Mute klicken. Wenn wir jetzt mit einem Doppelklick in diesen Clip wechseln, dann sehen wir, dass diese Ghost Spuren schon existieren und zwar in Form dieser dunklen Werte, die jetzt hier eingetragen sind. So, und das können wir uns zunutze machen und können jetzt hier quasi die Ghost Lanes nutzen, um auf diesen Ghost Lanes jetzt unsere A-Moll, beziehungsweise C-Moll ist es ja C-Moll, Akkorde zu schreiben und mache jetzt hier einfach mal ganz wild bisschen was fertig. Machen wir mal den, den und den, nein, da oben hin. Und ihr seht genau, wo ihr eure Sounds, eure Akkorde hier richtig bildet und das ist jetzt hier auch alles in der Skala C-Moll enthalten. Und dann müsst ihr den Clip wieder zurückbringen und in diesem Fall den hier unten entstummen, also unmuten und den oben stumm schalten, denn auch wenn es nur in Anführungsstrichen Ghost Notes oder Ghost Lanes sind, würden diese in diesem Fall trotzdem abgespielt werden. Und an dieser Stelle haben wir es jetzt geschafft, also mit Hilfe von unserem C-Moll Ghost sozusagen hier Akkorde im Europa anzulegen. Und wie die jetzt klingen, das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Vielleicht noch kurz in einem etwas besseren Beispiel. So, auch ganz einfach gehalten. Okay. Gut. Der Kommissar Zufall war nicht so gnädig, dass sich das jetzt richtig toll anhört und ich einen neuen Song damit schreiben kann. Okay. So viel vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir können auch überprüfen, ob das Ganze stimmt. Wir können hier auch auf C-Moll mal im Player schalten. One Note. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann darf hier, wenn Filter to Notes sogar eingeschaltet ist, keine der Tasten gespielt werden, die jetzt hier schwarz ist. Ja, gut. Und das Symbol mit dem Zeigefinger hier ist nicht aktiv gewesen. Von daher haben wir gesehen, es liegt also alles in der Skala C-Moll. Gut, soviel zum Thema Ghost Lanes in Propeller Heads Reason. Wie gesagt, das 100. Tutorial in zwei Jahren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich eine so aktive Community aufgebaut hat hier über diese Zeitraum und dass ich so viele nette Kommentare auch von euch bekomme, so viele Anregungen auch. Und ja, lasst uns gemeinsam weitermachen. Ich finde, das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall und auch sehr viel Freude, wenn ich so eine positive Resonanz von euch bekomme. Okay. Alles klar. Wie immer, lasst mich wissen, ob ihr zufrieden wart. Einfach einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, schreibt drunter, was euch nicht gefallen hat. Und ja, wenn ihr es noch nicht habt, Abo her auf meinem Kanal. Schön abonnieren auf jeden Fall. Da würde ich mich am meisten drüber freuen. Also ihr Lieben, macht es gut auf die weiteren 100 Tutorials, die da kommen mögen. Euer Maverick. Bleibt sauber.